jo leute was geht ab und willkommen zu meinem 50 abo special ja ich habe mir gedacht ich gehe zurück zu den anfängen für dieses 50 abo special dieses große special was ich vorbereitet habe mehr oder weniger und habe mir deswegen nicht ganz 50 aber 25 von diesen euro sticker packs geholt und ich werde die jetzt einfach mal öffnen mal gucken was wir so haben ja keine ahnung wie man den ausspricht ne ich lasse lieber perisic shane long pierlo und junusowitsch und das nächste auf simolov wir sehen ja in diesem sticker wo zwei drauf sind janko und danaurovic noch ein kombat drauf unser golf und das untere teil vom logo müsste das sein dann haben wir hier den panini sticker da wieder gar nicht schon und nemes ohpala wieder urban johann mario johannoschea suriano und rubin okotje direkt dann ins nächste lodigin hier seine zwei spielerkarte mit mcgovin und mclawlin glaube ich müssten es so wie sein hudges bürttwarson und Nathaniel klein ein paar habe ich noch hier gibt den ein paar viele wir haben stoch kalinic bangston eliseo und san ja glitze glitze nicht hierbei sein deutsches und kommen sage ich das kommt was deutsches nämlich max kruse kabianski denn die beiden ungaren hier limberski und sollei wafrei koluga olsen gusev ötschan oh ich sehe gerade glitze ne kusmin dann hennessey und gunther larsen hier sind frankreichs sticker ich glaube es sind action sticker sind das keine ahnung und viola dann haben wir cana asdan busquets alba piatov florenzi verrati weiter mit den doppelstickern lombards company lombards keine ahnung ibra was ist denn peykoberling hier denn die waren rumänen und hinterecke von mönchengladbach lombardski den dänisov pischek der der ländler kitz und pinter ganze hofen und dicker schon da unten kellström dockerl alber und klein kawaii und felose und das wappen der slowakei und hier wo was glitzernde ist nämlich ukraine so ein action sticker hier danny ward insinio und oh cool ne händersenmaß den skoda mcnair den hier und die beiden polen krisowwerf und ribusch franz dann haben wir mal einen größeren sticker von einem auch ein bisschen actionhaft da gestellten den turan dann wieder die beiden ihren hier mc keine ahnung mc mc gg buffon und oxlade chamberlain dann haben wir mal ein dander farolo kirali und den fitola da casola und ajeti oder ajeti dann haben wir das wappen von spanien den isländer hier lustig marika ex schalke und smolnikov wir nähern uns dem ende gabor kirali wo spielt er jetzt irgendwo in ungarn früher haben wir 60 gespielt cuantlau johann motino eggdahl den notieren sticker hier actionmäßig und abrashi dann haben wir den frisch gebackenen englischen meister christian fuchs el sharavi pique ramos gados und cotoir und alderweidl kusmix finborgason teuvon juru und scher sagoef glaube ich noch 4 pack sind noch dann sind wir auch fertig haben wir kilinio des liccio graziano pelé mcgin maxime und roshi sehr viele albanen mehr in diesem text kevin wimmer dann die beiden rumänen hier darida und pavleka poppa und schattdorf und letztes pack elec christiansson wielen gashi und chaka sowie die bräune und lukaku als doppelsticker und im letzten pack haben wir baumgottlinger kilini norwood nochmal chiptomatiker und gashi das sind die ganzen sticker die wir gezogen haben außerdem habe ich noch von früher bzw von stöten openings die ich nicht aufgenommen habe habe ich hier noch einige sticker gezogen und zwar kann ich dir auch noch mal kurz vorstellen da haben wir den albanen hier lenjani shirokov zybalka gusev matschinski ward rosicki docker aziz und balta wieder koluka badelj company lombards florenzi verrati hulahan alaba und zoltan stiebe ja das sind die ganzen sticker von diesen dann glaube ich insgesamt 28 packs die dann geöffnet wurden die ganzen tüten die leeren und ähm ja mal gucken was ich mit dem sticker mache vielleicht werde ich die noch verlosen aber das werde ich in einem anderen video wahrscheinlich wissen lassen das soll es gewesen sein vom 50 abo special ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten video wieder was dann wahrscheinlich wieder ein gameplay video sein wird und ähm ja vielleicht gibt es ja sowas bald als 100 abo special wer weiß auf jeden fall sehen wir uns beim nächsten video wieder ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal machts gut tschüss